Moin Leute und willkommen zurück in School of Dragons. Ich habe nur einen Titan-Dragon. Allerdings, ja, also geplant war eigentlich, dass ihr seht, wie er zuerst in Standard-Version aussah, dann will ich ihn zum Titan machen und dann zeige ich euch noch so ein bisschen, wie er jetzt aussieht, also von den Farben und der Animation her und Feuer und alles weitere. Allerdings meinte mein geliebtes Aufnahm-Programm, nee, das ist unnötig, sowas zeigen wir nicht und deswegen wurden die Aufgaben nicht freigegeben zum Schneiden oder zum Hochladen. Und deswegen seht ihr jetzt den schon jetzt als Titan. Genau, supi. Also, genau, ich bin schon dabei, was Neues zu suchen, keine Farne. Also vom offenen Programm her suche ich schon was Neues, weil es geht mir auf den Sack. Also, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau, also, der hier sieht genauso aus wie auf dem alten Account, also von meinem alten SOT-Account, weil ich finde, von meinen Titan-Drachen fand ich den leuchtenden Fluch, den Sturm-Cutter und den Kling-Pyra-String am schönsten. Deswegen wollte ich die hundertprozentig auch nochmal so verämpft, wie ich sie auf dem alten Account hatte, weil ich die am schönsten finde. Am schönsten fand ich Galaxy-Schneider, meinen Sturm-Cutter, aber den habe ich leider nicht. Also, ich habe keinen Sturm-Cutter jetzt. Deswegen, jetzt erstmal der leuchtende Fluch. Dieser leuchtende Fluch heißt, er hat einen super Namen, und zwar Feuerleuchten. Das ist der beste Name ever, sag ich euch. Also, den hat, also, darauf kommt bestimmt niemand, weil der einfach so mega unnutzlos ist, irgendwie. Also, Namen besser nicht benutzen, der ist ziemlich langweilig. Ähm, genau. Ich zeige euch jetzt noch so ein bisschen, wie er halt fliegt, also, wie er im Flughaushalt sieht, und sonst, ja. Normalerweise wäre das Video länger geworden, aber hey. Dann eben nicht, meine Gott. Es gibt noch mehrere Titan-Typen in meinem Leben. Hoffe ich mal. Also, super Gleitungsmanöver, eben gerade, zumindest. Der Schuss, der ist, also, ich finde, das ist der schönste Titan-Schuss, den ich hier gesehen habe, vom leuchtenden Fluch. Dieses Blau, das sieht total aus, wie bei den Schlümpfen. Okay, nee. Ah, jetzt gleitet er wieder. Sieht doch schöner aus. Das sieht doch schöner aus. Jetzt nicht mehr, weil er nicht mehr gleitet. Wo bin ich denn eigentlich noch? Schön. Ah, das sieht doch toll aus. Das sieht doch super aus. Ja, freilich. Also, oh shit. Also, ich mag ihn. Ich finde ihn schön. Okay, ups. Okay, gut. Dann werden wir jetzt wieder landen. Dann gebe ich euch nochmal eine kurze Info in die Ohren. Und zwar, betrifft es wieder SUD-Warum. Und zwar habe ich jetzt einen anderen Partner. Da Sissy mit YouTube aufgehört hat und mit School of Dragons, glaube ich, auch. Weil sie in der Schule, ich hoffe mal, ich darf das sagen. Ich denke schon. Sonst, hi, Sissy. Ja, weil sie während ihrem YouTube-Kanal, so wie ich es verstanden habe, irgendwie in der Schule so ein bisschen gemobbt wird. Und deswegen hat sie ihn gelöscht. Weil irgendwelche blöden Kiwis, die da meinen, die müssen sich über Hobbys anderer Leute lustig machen. Ja, deswegen hat sie gesagt, na, dann höre ich eben auch mit YouTube und alle Scheiße. Genau. Genau. Finde ich ziemlich doof. Ich bin jetzt aber auch nicht großartig sauer auf sie, dass ich mir jetzt einen neuen Partner suchen muss. Was weiß ich da so. Ich finde das eigentlich ziemlich traurig. Also, ich verstehe sowas generell nie, wieso Leute sowas überhaupt machen. Ziemlich idiotisch. Naja. Also, meine neue Partnerin ist Rommelwirbel. Sandgäst Luna. Teamname wissen wir noch nicht. Mal ein Glöpschen. Genau. Ich arbeite an meinen ganz anderen Videoprojekten jetzt doch weiter. Tschüss. Tschüss.